hallo leute ja wir sind hier wieder ein transport fieber wir haben jetzt hier zugesehen dass wir das hier optimiert kriegen und lieferanten haben wir jetzt gießenoa star sägewerk und wenn ein stahlwerk das ist jetzt so weit angepackt dass hier genug reserven ach so das muss man ja bei der übersicht sehen ihr seht jetzt kommt hier ein bisschen holz auch jetzt ist gleich schon wieder weg das heißt wir müssen die holzblätter doch noch steigern das ist noch mehr wert machen wir nach dem logo denke ich da fällt mir jetzt gerade die produktion zurück weil kein holz mehr da ist jetzt ist die frage wann kommt der nächste zug mit holz ist der da schon wohl nicht was hat er denn gebracht auch der holt was weg 102 zahnräder ok ja dann müssen wir vielleicht auch noch gucken wie sind sie denn aber hier sitzen keine zahnräder mehr das ist läuft erstmal so das würde bedeuten wir müssten mal schauen lieferanten mit holz hallandorf sägewerk wäre hier aber das ist weit weg ne wo war das jetzt hier ist es irgendwo ne ja hier ist es hallandorf ist da hinten ja das zu weit weg kittemers mühle wäre schon mal näher warte mal ich glaube hier wird doch auch geliefert glaube die bringen doch das holz da auch hin aber warte mal kittemers mühle ist doch warte mal das verstehe ich jetzt nicht ach so doch die brauchen ja bretter warum haben wir hier ein sägewerk und hier holz ach so das wird wahrscheinlich irgendwo anders hingebracht haben ja das wird wahrscheinlich zwischengestopp sein normal lieferanten das letzte also kette was mühle ist da ist klar und das letzte ist schlimmer schlimmer rufen aber hier ist so gut wie gar nichts mit anbindung von verkehr oder nicht wirklich immer hier doch jeder zug der auch hier rechts rüber fährt na da lang und er könnte dann auch hier lang fahren wäre also auch machbar wo sind das jetzt hier das geht aber auch eine strecke hier lang wobei jetzt schlimmer rufen von anders ganz nah hier dran da müsste man nur eine anbindung dahin machen das ist ja nur so ein stück und wo geht diese linie hin so ich wollte diese linie haben ach die geht da schon hin oder wie sehe ich das aha okay dann brauchen wir das nicht mehr machen aber warum wurde das nicht angezeigt wo liefern die hin aber da läuft nichts ach das immer haben wir das erst gerade angeschlossen oder so kann das sein oder sind zu wenig fahrzeuge auf linie das könnte auch noch sein sein beziehungsweise aber weiß wo die alle hinfahren weil er will es noch hier okay da könnte er steigen dann auf linie 21 sind also das sind ja kommende okay aber gehend auch da und was ist mit linie 85 ach die fährt da lang da ist keiner okay das würde bedeuten in der 81 hat da noch was liegen und dann passiert hier nichts weil die im stau stehen so hier so stehen die denn hier im stau macht das eine ampel aber auch hier ist der stau rein in den ort warum das oh man hohes verkehrsaufkommen hier okay ich sehe jetzt hier auch schon gerade so ein hochhaus und da ist noch was größeres okay das ist mittlerweile rückkamp ist eine große stadt geworden wahrscheinlich liefern wäre hier was hin deswegen ist die gewachsen aber das ist schon eine vierspur hier näher ja 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 dann dauert es bis die lkw da sind dann müssen wir wahrscheinlich da mal was hinzumachen also verkaufen können wir hier nicht linie 81 müssen die darauf ist die frage wo hier irgendwo lkw depot ist beziehungsweise fahrzeug depot hier nicht hier wahrscheinlich auch nicht da ist noch ein hof da ist eine andere hier ist bahn finde ich den lkw depot da oben da wäre eins aber kommen die dahin ja die kommen die alle auf linie 81 einordnen gut passt und dann fahren die hier aber das hier ich glaube da war das nicht hier aber es wird nicht besser hier ne produziert nur sechs hölzer aber hier liegt ja hier ist nix im lager da muss was rein ne das heißt wir brauchen hier noch mehr lieferanten aber das sind ja schon alle angeschlossen versendet transportiert aber die zahlen die da stehen gehören alle nicht dahin kann das sein warte mal der fährt doch hier durch den wald durch aber das ist die linie die ich schon angeschlossen habe glaube ja die kette meis mühle wäre da der lkw wäre hier würde dann da rüber fahren ist jetzt auch nicht so passend ne halandorf ist da das ist auch nicht das passende die mühle ist hier man lieber schon näher aber dann kannst du dieses und das ja zusammenziehen und darüber danach daran hinfahren spricht gerade hier für eine neue anwendung wo war jetzt der letzte hier würde ich jetzt tendenziell sogar sagen da baut man bahnhof hin so gebäude erstmal sagt bahnhof und drehen hier brauchen wir nur einen oder kommen wenn dann nochmal zweigleisig macht auch gleich ganz lang und fertig aber hier war es gerade weiß irgendwo sobald das auch noch wichtig ist dass der angeschlossen ist so machen wir den und das sei jetzt so aus als ob das funktionieren könnte jetzt brauchen wir noch gleise ok mal gerade hier was leise stellen so jetzt sind wir bis dahin jetzt müssen wir mal gerade gucken hier geht es ja über eine straße wo ist der zweite da wo waren das mit den höhenlinien einstellen hier da müsste man eigentlich hier unter dieser brücke runter herkommen das geht dann nicht mehr dann machen wir das halt so da müssen wir aber noch höher da geht nicht höher macht er denn jetzt hier mit der straße so will ich das ja nicht haben ach so wir müssen dann wahrscheinlich irgendwie brücke auswählen so richtig funktioniert das wohl noch nicht hier geht es eine brücke dahin dass es funktioniert oh gott rückgebaut er da na super kann ich glaube da kannst du dann weiter bauen ich glaube da kannst du dann weiter bauen er um schaffert den transport werde ein wahlenspiel mehr der ohne schulden ok haben wir wohl hier funktioniert noch nicht können wir jetzt mal irgendwann hier rüber ohne diese brücken bauarbeiten können wir jetzt mal einfach eine brücke bauen wie kann ich denn eine brücke bauen ohne dass hier so ein kappes hier kommt hier sind das nicht gebäude voll der quatsch sowas oder da kann sie nur abbreisen wieder dann kann sie es gleich von hier hinten auch abbreisen weil hier muss ich dann auch nicht hoch da kann ich denn tunnel worden k k k k k k k Das passt. Ich kann noch tiefer, kann aber nicht höher. Was ist denn das für ein Quatsch? Oh man, das ist ja wieder super cool, oder? Aber vielleicht kann ich es so umlösen. Boah, da ist eine Brücke jetzt gleich. Hammer, oder? Kann ich das jetzt vielleicht von da nach da unten anschließen? Und das schnappt nicht ein. Das ist ja super Bauweise. Mann. Hier noch so ein Teil, was da steht. So, nochmal das ganze probieren. Ich kann nicht höher, was ist das für ein Blödsinn. Kann runter, kann aber nicht wieder hoch. Voll geil, oder? Oh man. Oh, hier baut er jetzt einen Tunnel. Okay, vielleicht komme ich jetzt weiter. Bau nicht möglich. Bau nicht möglich. Was ist denn hier jetzt da? Bau nicht möglich. Warum ist der Bau jetzt hier nicht möglich? Warum ist der Bau jetzt hier nicht möglich? Was ist hier wieder falsch? Ach, der kommt schon aus dem Tunnel raus. Okay. Warte, dann nochmal. Okay. Ich kann aber nicht hoch. Läuft, oder? Oh man. Ah, nee. So ein Paradebeispiel, wie es nicht funktionieren sollte, ne? Oh, warte mal, das ist ja noch ein Gleis von da. Das krieg ich vielleicht hier angeschlossen. Aber nicht so rum. Und das kannst du abbeißen, das braucht keiner jetzt mehr. Krieg ich das jetzt hier hoch? Ich glaub schon. Naja, jetzt kommt es tatsächlich mal nach oben. So, hier müssen wir jetzt einen Bahnhof bauen, der kein Dingens ist. 2, 320 Meter machen wir. So, das sollte funktionieren eigentlich, oder? Gleise. Passt. So, jetzt müsste der Zug ja von da nach da fahren können. Und das müsste funktionieren. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch weiterkommen. Wo wollen wir hin? Gute Frage, ne? Ich seh schon, die Zeit ist schon wieder voll fortgeschritten. Wir müssen im Endeffekt... Oh, wo war denn das jetzt? Wir sind jetzt mit der Linie von da losgefahren nach hier. Jetzt müssen wir noch hier vorbei, oder? Ja, und dann wollten wir eigentlich hier rüber. Mal gucken. Aber machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich erstmal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Spannende Musik Gute Bausch